hallo und herzlich willkommen hier ist der thomas von world gameplay und hier ist wieder der stadtbahn simulator düsseldorf wenn es euch gefällt macht einen daumen hoch über ein abo würde ich mich auf freuen so einstellungen wo man kurz grafik gucken auflösung soja wieder da bis gleich und bin wieder da und wir starten das spiel fahrt nach verplanung genau wir machen mal düsseldorf hauptbahnhof und zwar um achte morgens genau wolkenlos genau man regnerisch start so jetzt bin ich gespannt ich hoffe das geht jetzt so und hier sind wir schon im düsseldorf hauptbahnhof und hier sind wir gut schauen wir mal stromabnehmer einfahren ne ausfahren jetzt ok wir mal fahrtrichtung links zack jetzt müsste es aber gehen oder scheibenwischer stromabnehmer ausfahren links an links rechter außenspiegel ausfahren links links ok was ist das da gar nichts Türfreigabe an links Fahrradtür schließen links Türschalter zentrales öffnen links das ist nix das ist Kabinenbeleuchtung hier Warnblinkanlage brauchen wir nicht machen wir mal so hä ja genau linke außenspiegel äh oh Gott jetzt geht's wieder los ah jetzt ok dann fahren wir mal ne so na gut na gut ja na geht doch schon blinker links ich will aber nicht blinken blinken äh bremsen ist rechte maustaste ok ok jetzt guck ich ja mal ne warte mal die Kamera rausgucken ich will jetzt nix falsch drücken ne huh gott äh Türenfreigabe so oder was an ja steigt jetzt aus oder nix steigt jetzt aus oder nix aus ist rechts aus ist rechts na gut ich fahrs aufhör weiter ne pff würd schon richtig sein nächste station oststraße ausstieg in fahrtrichtung rechts oststraße oststraße exit right exit right ja Gott sei Dank ich fahrs endlich mal hier jetzt habe ich die größte Sorge gemacht in diesem Spiel so jawoll ok ich bin gleich wieder da wartet mal kurz so jetzt also die Stadtbahn habe ich schon mal in den Laufen gebracht schon mal sehr gut äh wo finde ich jetzt nochmal die Kamera äh Kamera Lautsprecherdurchsage Kamerasteuerung R-Taste ändern der Blickwinkel ah so ok aha ok äh Türen rechts öffnen ist I Türfreigabe J oder wie ne Türenfreigabe wieder rufen Türschalter was denn mach halt auf jetzt so geht es nicht auf jetzt geht die Tür wieder nicht auf ey ich kriege eine Rappel wie kann man bitte die Tür öffnen wie kann man bitte die Tür öffnen öffnen oder was äh Türschalter Türschalter zentrales öffnen öffnen rechts so oder was wo geht es denn da auf wo geht es denn da auf ist das wie ich verarschen oder was ne tut mir leid aber Türenfreigabe na ja ist schon recht Türfreigabe Türenfreigabe so ne ne hä fahrt fahrt ne ne nix fahrt Türfreigabe so irgendwie freigabe mach halt auf alter Tür rechts drittstufen drittstufen Türfreigabe ne das gibt es ja nicht Tür rechts ist jetzt offen oder was ne ist gar nix offen ne ach komm Türfreigabe wo ist denn die Türfreigabe hallo hallo Warnklinkanlage Fahrtrichtungsanzeige Scheibenwischer rechter Autospiegel linker Fahrstrom Stromabnehmer ich verstehe das nicht Nothalt Türfreigabe wo ist denn die Türfreigabe Sj hat er so oder was Tür rechts geht nicht der Türschalter ist L Sicherheitsfahrschalter ey hallo tut man es mit digital 1 oder was Sicherheitsfahrschalter geht nicht die Türen öffnen nicht was mein denn jetzt Tür links Fahrtenschreiber Fernlicht oh mein Gott ja fahren kann ich nur was machst du denn davon Tür rechts es geht nicht auf alter also irgendwie ist das komisch Blinker rechts nochmal aus hier das kann nicht wahr sein 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 ich verstehe das veräumt ne tut mir leid so ich habe jetzt das dann mal gemacht schreibe ich es mir auf ey ich bin jetzt in Fassnähe jaja ist schon recht Stufe 1 Pause Schritt 1 schaue auch in die Insel ohja also mit Tab erst kommt Tab stelle den auf an mit linker Maustaste oder E ok fahre den Stromabnehmer mit S aus dann kommt D D dann 1 dann 2 stelle den Sicherheitsfahrschalter auf fahren mit linker Maustaste E ok geht doch machen wir zurück ah Tab E S D 1 2 E fahre bis zur Messe ah du kannst mit linker Maustaste ok ok ja und warum geht es nicht aktuelle Zeit an der nächsten beschleunige die Bahn mit linker Maustaste oder W stoppe die Bahn mit Q ok also mit W ok gut dann fahren wir mal was mit Q stoppen hä mit Q wie mach ich das jetzt achso mit W erst ok fahre bis zur Messe Nord Esprit ok stoppe die Bahn so entsichere die Türen mit linker Maustaste und J gut öffne die Türen mit ii aha jetzt auf einmal das gibt es nicht oh man ey lass die Passagiere einsteigen ok schreibe ich mir jetzt das hier auf ne bevor ich wieder ein Schmarrn mache schließe die Türen mit ii also dann wieder ii und sichere mit n beschleunige und fahre ok gut dann fahren wir mal weiter sooo oder leh naja gut es geht noch ne pf wohin jetzt oh god ey ah cool geil das gefällt mal hm hm pff pif 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 Es Mürikestraße. Exit right. Schön. Bisschen beschleunigen kann man noch. Oh, Alter. Also das hier ist die Kamera. Also langsam kapiere ich das Spiel. Okay, jetzt wieder mit J und I. Wechsle die Drittstufen vor, weil auf niedrige Stufe mit linker Maustaste. Also Dritt ist 8. Ah, okay. Und dann I. Oh, geil. Da kommen sogar die Stufen raus. Geil, Leomatico. Cool, cool. Und dann I. Okay, schließe die Türen mit I. Ja, sehr schön. Und wieder N. Und mit W weiterfahren. Okay. Ja gut, dann geht's ja. Genieße das Spiel. Nächste Station. Freilichradplatz. Danke auch. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich habe die Sicht eingeschränkt. Bitte halte den Scheibenwischer ein. Freilichradplatz. Bevor du weiter fährst. Okay, wo ist der Scheibenwischer? Scheibenwischer, Scheibenwischer, Scheibenwischer. Wow, wow. Tch. Äh, tch. Da. Okay. Eingeschaltet. Okay. Dann J und, äh, ne, nicht I, sondern links jetzt. Wo ist links? Wo sind die Türen links? Türen links, F und T. Ja, warum geht's jetzt wieder nicht? Ach, leck mich doch. So, oder was? Hallo? Hallo? Ja, egal. Das war's dann vom Stadtbahnsimulator. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.